Was macht ihr? Was macht ihr? Was macht ihr? Was macht ihr? Ich verkaufe mir die Kanäle. Okay, ihr schaut, dass wir gesund bleiben. Schön passt. Du warst letztes Jahr dabei? Du bist schon wieder weitergekommen. Also. Ihr seid schon einmal gefahren. Ihr seid schon, ich muss ja ausgehen. Trotzdem habt ihr alle Jahre so weit durchgestattet. Das sind so, dass wir ein Pärchen noch bekannt Frau und Mann. Ich drück den Kuss, so gut, klicken. Das passt. Mein Kommando wartet. Auf die Plätze, fertig, los. Mein Kommando gilt. Auf die Plätze, fertig, los. Hopp, 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 hopp. Na ja, das passt ja, aber jetzt geht sich wirklich aus. Nicht an der Mittellinie ziehen. Ich glaube, wir reißen Sie bitte die Nummer 8. Thomas Gusenbauer und Christoph Sinski fahren gegen gegen die Schotten. Ich sag jetzt einmal, oh ja, die Brigitte kann das besser. New Land Rock und Graeme Johnson. Genau, so heißen Sie den. Und sehr gut. Sehr gut. Am Anfang waren Sie ein bisschen hinten, aber jetzt schaut das schon sehr gut aus. Was ist mit den Pädoyen? Habt ihr viel Sound eingehoben, oder was? Oh ja. Die Camere sind zwar Gewinner Max und Markus Zirps. Die Camere war zu los, ge?